Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem wahrscheinlich sehr überraschenden und sehr seltsamen Video. Ihr werdet wahrscheinlich, also vielleicht gemerkt haben, hey, 69. Part Minecraft Adventure Map von Pete Smith bei Gronkh Enigmatis 2 der 13. Part. Was ist hier los? Sind wir ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit gereist? Also, als Erklärung, was dieses Video ist. Wenn ich dieses Video aufnehme, ist der 11.07.16.40 Uhr. Solltet ihr auch sehen. Ja, solltet ihr sehen. Und das heißt nichts anderes, als dass ich aus der Vergangenheit zu sprechen. Hat die Ukraine schon den Dritten Weltkrieg angefangen und Amerika die Welt überrollt? Oder ist die Demokratie noch nicht in 40 Tonnen Höhe aufgerollt? Äh, ja. Wollen wir nicht über Politik reden, sondern lieber darüber, weswegen ich dieses Video mache. Gerade für mich ist der Moment, wo ich auf meinem Kanal die 10.000 Aufrufe geknackt habe. Yay! Und für euch ist gerade der Moment, wo ich die 1.000 Abonnenten geknackt habe. Momentan habe ich 153 Abonnenten. Hier werden zwar noch 154 angezeigt, aber mich hat mittlerweile schon wieder ein deabonniert. Dieses kleine, äh, egal. Und deswegen will ich halt ein Special machen zur Feier meiner 10.000 Aufrufe. Also 10.072 Aufrufe, aber das wird halt immer in so Schritten aktualisiert. Und, äh, zur Feier meiner 1.000 Abonnenten. Oh Gott. 1.000 Stück. Ich kann's nicht glauben, dass ich jemals diese Zahl erreichen werde. Und, ich kann's auch nicht glauben, dass dieses Video jemals öffentlich sein wird. Aber 1.000 Abonnenten. Wenn man bedenkt, dass 100 mein Ziel war. Alter. Also, zur Feier des Tages, sozusagen, möchte ich einmal durch meine Abonnenten gehen und, äh, bei denen was dazu sagen, von denen ich was weiß. Also, die ersten drei kenne ich nicht. Ralf Herrmann ist schon ein älterer Abonnent meines Wissens nach. Studentenfakten hat mich eigentlich nur abonniert, um Werbung zu machen. Durchgezockt hat ein, zwei Videos bei mir kommentiert gehabt. Also, zu den ersten fünf Leuten noch nicht viel zu sagen. Tankschief. Tankschief ist momentan einer meiner aktivsten Zuschauer. Wenn er auch in letzter Zeit nicht viel geschrieben hat und wenn er auch nur auf Hearthstone irgendwas antwortet. Und er ist dennoch einer der aktivsten Zuschauer und dafür möchte ich dir ein Danke sagen. Also, danke Tankschief. Ich salutiere vor dir mit deinem Tank. Äh, ja, auch schon etwas länger dabei. Fakal16. Auch schon länger dabei, aber er hat selten eigentlich kommentiert und ich glaube, er ist auch sehr inaktiv. Genau wie, äh, Natsu und Alexander Forstner. Alexander Lazar ist ein Mitschüler von mir. Schaut hin und wieder rein. Rukia X3. Ich weiß nicht, was ich in dieser Zwischenzeit, also in welchem Verhältnis ich zu ihr noch stehe. Aber die ist halt eine gute Freundin von mir momentan. Und mit der werde ich, habe ich momentan vor, ein Together zu machen. Falls ich das Together immer noch nicht gebracht habe, dann beschwert euch bei ihr. Die hat, äh, halt die ganze Zeit das vor sich her hingeschoben. Hans R. und Xebal LP sind meines Erachtens nach dazugekommen, als die Dev-Compilation von Zombie rauskam. Ist jetzt wahrscheinlich auch für euch lange her. Keine Ahnung. Bin mir auch nicht sonderlich sicher. Speedies Gaming Channel, ein guter Kumpel von mir, solltet ihr kennen, war schon in meinem Video dabei. Chocobo MC hat mich genauso wie Sir Ryusaki so auch zur Zeit der Dev-Compilation abonniert. Und, ähm, ja, den Rest der Reihe kenne ich eher weniger. Gameite LP, der ist mit einem anderen Kumpel von mir befreundet anscheinend. Ich bin mir nicht sicher. Äh, den Rest kenne ich nicht. Die beiden sind hier schon sehr lange dabei. Genauso wie Salto Natale 2. Hat aber früher ein Profilbild. Und, ja, äh, BrotherTube, mit denen habe ich sogar mal, also gegen die habe ich mal Hearthstone gespielt. Jonas Herglotz, auch ein Klassenkamerad von mir momentan. Wenn das hier rauskommt, habe ich wahrscheinlich schon längst mein Abitur geschrieben, weil ich denke kaum, dass ich so schnell meine Abonnenten, äh, meine tausend Abonnenten zusammenbekomme. Quertiopia, mit dem habe ich mal in den Kommentaren unter einem Zombie Dark Souls 2 Video, vielleicht ist sogar schon Dark Souls 3 raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wann das Video hier rauskommt. Jedenfalls mit dem habe ich schon, oder, ja, mit dem heißt glaube ich auch Florian mit Vornamen, habe ich ein bisschen, äh, Schwachsinn geschrieben gehabt, woraufhin er mich abonniert hatte. BoominTV ist auch schon ein älterer Abonnent, aber ich sehe keine Aktivität von ihm. Hm, der inaktive Account von Speedy, der war hier auch schon etwas länger dabei. Genauso wie der, das ist ein alter Kumpel von mir, mit dem ich eigentlich kaum Kontakt habe und ich glaube, der Account ist schon inaktiv. Langer Peter ist so mittellang dabei, äh, nicht passend zum Namen, aber er ist ja nur ein langer Peter und nicht lange dabei. Ha, ha, ha. Ähm, ja, genau. Bloody Moon Game ist ein Bekannter von mir. Battle for Psycho ist auch schon länger dabei. Anna Broda... Zu ihr ist das eine andere Story. Manuel Rehberg, äh, mit dem schreibe ich gerade auch hin und wieder bei Steam. Der ist auch ein recht aktiver Zuschauer. Dub Sponsible ist eigentlich ein sehr aktiver und einigermaßen bekannter Account, also der ist bekannter als ich. Und der macht eigentlich öfters Videos, aber von seiner Aktivität sehe ich nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie er es aushält, jeden Tag von mir ein Video und die Abo-Box ging halt zum Bock haben. Die beiden sind auch länger dabei. Genau, Palki hat mich, glaube ich, zum Anfang meines, äh, Hearthstone Let's Plays abonniert. Hm, Black, äh, BL4CKSP1D3R ist einer der Abonnenten, mit denen ich am meisten Kontakt habe, auf Abonnentenbasis, also nicht auf Kumpelbasis, hauptsächlich über meinen Twitter-Account. Und, ja. Schrein hat mich damals wegen meinen Game Talks abonniert, hat sehr schön gefeiert, wie informativ ich alles rübergebracht habe. Mittlerweile höre ich aber auch eher seltener was von ihm. Mai Vigga KT. Mit dem Kanal verbinde ich sogar recht viel, weil der Kanal hatte mir damals so circa zwölf Abonnenten beschert, als ich noch sehr, sehr klein war. Und zwar hat er nämlich früher ein, die große YouTuber-Vorstellung gemacht. Und bei Teil 4 war ich meines Wissens nach dabei gewesen. Ich schaue mal nach. Jep, hier. Teil 4 als zweites Mr. Sandoron. Weil dieses Special ja eh etwas länger wird, kann ich ja mal ein bisschen vorspulen und euch meinen Kanal zeigen, wie er damals war. Nämlich, ihr müsst wissen, ich habe nicht immer, äh, oh Gott, noch 480b. Ich habe nicht immer Let's Plays gemacht. Und, äh, Vollbild. Ja, die Aufnahme läuft noch. Ihr seht hier mein allererstes Video. Japan, unser herzlichstes Beileid. Fünf Abonnenten noch. Das hier ist TruckTV gewesen. TruckTV Germany hießen die. Und das war mein allererster Abonnent. Mittlerweile hatte mich natürlich die abonniert. Der ist, der hat mich, glaube ich, immer noch abonniert. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ja. André Jetty. Du bist einer meiner ältesten Abonnenten. Gratulation. Du siehst das Video wahrscheinlich nicht, aber falls du das siehst, dank dir. Ähm. Der wurde gesperrt wegen Urheberrechtshinweisen. Also der Typ mit so einem Gokobild gerade. Und meine Maus hat sich anscheinend aufgehängt, als ich ins Vollbild gegangen bin. Okay, ihr seht zwar das Vollbild, aber ihr seht nicht, wie sich meine Maus bewegt, oder? Ne, das war die Maus von dem Typ hier. Äh, seht ihr meine Maus? Ihr solltet meine Maus sehen. Also hier seht ihr meine Maus? Hier seht ihr meine Maus nicht? Okay. Von mir aus. Und jedenfalls. Äh, dann hatte ich so eine kleine Pivot-Animation gehabt. Dann habe ich, äh, noch ein paar Pivot-Animationen. Und in diesem Video, das war das allererste Video, wo man meine Stimme hörte. Und das war einfach nur peinlich, weil ich sehr leise war. Und ne, hey, hallo und willkommen zu meiner Stimme hatte. Und ja. Das ist aus dem Jahr 2011. Also das war Frühjahr 2011, habe ich angefangen. Dann so ein kleines Minecraft-Test-Video, wo ich, das ist, glaube ich, das einzige Minecraft-Video, was ich bis zu diesem Zeitpunkt hier auf meinem Kanal hatte. Und dann Let's Talk, wo man mich nicht hören konnte wegen Hintergrundmusik. Ich frage mich, warum es nicht wegen Copyright gesperrt wurde. Und dieses schöne krebsfarbene, krebsfarbenes Design. Äh, ja genau. So viel dazu. Danke nochmal an dich, aber du bist eh inaktiv. Dann sind wir fast am Ende eingelangt. André Jetty, wie gesagt, einer, einer, ich glaube, der aktivste, also nicht aktivste, älteste Abonnent hier von allen. Und somit auch der inaktivste. Schande und Ruhm an dich, André Jetty. Äh, Pascal Rau, auch ein Kumpel von mir. Also ihr merkt, hier sind schon ein paar Kumpels von mir dabei, wie auch Sam Tunes macht. Also zumindest zu dieser Zeit macht der so Beats-mäßig. Und Cubecrafter ist auch schon länger dabei, aber ich glaube, er hat mich auch nur abonniert wegen Werbung. Blackstar, mit dem habe ich ja sogar ein Together gemacht. Vielleicht sogar mehrere. Wer weiß. Matthias Ruttner ist auch schon länger dabei. The Chaos Agency gehört meinem Bruder und einem Kumpel von ihm. Und SchmidiTV ist ein recht neuer Abonnent. Ja. So viel zu meinen Abonnenten. Und jetzt gehe ich einfach mal zu den Kommentaren hierüber. Hier sind noch ein paar schöne Kommentare. Ne, das ist nicht das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Sondern das hier. Hier seht ihr gerade, ich habe keine Ahnung, warum hier das Thumbnail nicht lädt. Hier seht ihr gerade meine aktuelleren Videos, die ich hier halt habe. Momentan habe ich 344 Videos hochgeladen. Und ich glaube, davon sind ca. 300 auch online. Und wenn ich halt ganz weit zurückgehe, sollten... Gott, wie viele Videos habe ich denn schon? Ich finde es unglaublich. Ja. Meine allerersten Videos. 235 Aufrufe. 7 Daumen nach oben. 9 Daumen nach unten. Hauptsächlich wegen einem Klassenkameraden, der mich ziemlich gehatet hat, wie man es hier sieht. Crazes. Ja, oh Gott. Aber mittlerweile hat er sich geändert, also. Killzone, Pivot. 386 Aufrufe. 7 positive. 9 negative. Ihr merkt immer 9 negative bei den ersten 3 Videos. Warum wohl? Äh, Pivot der Anfang. 119 Aufrufe. Äh, dann... Gibt's Happy Wheels Reupload. Ich war einer der ersten Personen, die damals Happy Wheels gebracht haben. Und zwar 27. Januar 2012 kam das eine online und das andere 13. Januar 2012. Auch recht viele Aufrufe eigentlich für mein damaliges Verhältnis. Das verstehe ich auch nicht. Ich hatte damals viel weniger Abonnenten, aber viel mehr Aufrufe. Und dann kamen halt die eher etwas besseren Videos. Little Fighter 2, wie ich's vorgestellt habe. Also, es war schon so Richtung angespielt. Box Runner 3 Endgame. Infectionator World Dominator. Und dann kam noch eine Pirate Animation. Dann League of Legends angespielt, wo ich von meinem Hater dazu gedrängt wurde. Dann von Sony ein Reupload, weil der Endgame-Sound zu laut war. Und ja, dann gab's halt noch eine wichtige Ankündigung. Und ich glaube, diese Ankündigung beinhaltete, dass ich komplett andere Art von Videos machen will. Dann hab ich einmal eine Ankündigung zu Tag gemacht im Spiel. Hat drei Daumen runter bekommen, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Weil ich hab mir eigentlich sehr viel Mühe dabei gegeben. Und eigentlich war das Video nicht gerade so schlecht. Aber ich schätze mal, das war wirklich der Hater. Wieder sieben Daumen runter bei der eigentlichen Review dazu. Die auch nach meinem jetzigen Standard recht gut war. Dann Mr. Sandoron, mein Kanal-Trailer, den ich damals gemacht habe. Und ich habe den Even Samantha eingereicht. Und die hat damals halt so ein paar kleinere YouTuber promotet. Das war eine ihrer ersten Videos, die sie gemacht hat. Und da hat sie auch mich ein bisschen promotet. Was mir dann so einen kleinen Schub bis hoch zu 30 Abonnenten oder so brachte. Ankündigung Tribes Essence wurde gesperrt, weil... Also, hab ich privat gemacht, weil es hatte Rammstein-Engel in sich drin. Und dann wurde das erkannt und wurde gesperrt. Aber ich hab keinen Strike-Knock dazu bekommen. Noch. Dann fing die ganzen Portal... Also fing das Portal-Lidsplay an. Wo ich sehr froh bin, dass das mein erstes Display war. Und man merkt auch direkt den Unterschied. Weniger Aufrufe. Also, auch hier oben. Aber hier oben liegt es ja an, dass es nicht gelistet ist. Aber weniger Aufrufe, aber dafür viel bessere Bewertungen. Und mein Hell-Wear-Let's-Play, was dann abgebrochen wurde. Dann das Dawn-Starve-Let's-Play mit nur drei Parts, was ich vielleicht fortgeführt habe. Falls nicht, das ist noch eine Sache, mit der ihr mich quälen könnt. Und dann fing die ganze Scheiße an. Und dann wurdet ihr gequält. Portal hatte nur zwölf Parts. Okay. Okay, ich musste gerade ein bisschen husten und hab's rausgeschnitten. So. Dann... Oder ich hab's nicht rausgeschnitten. Und dann habt ihr mein Live-Husten dabei. Das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Danke an all meine Abonnenten. Und... An alle... Das ist halt das Problem. Ich hab mir vor kurzem... Wegen einem bestimmten Video, was vielleicht online gekommen ist. Vielleicht nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich's machen werde. Und zwar das Best of Zombie. Okay, ich werd's jetzt machen müssen. Nee. Äh... Wenn ich's nicht gemacht habe, wird's schon seine Gründe haben. Ähm... Und ich hab dort halt sein 50-Abonnenten-Special gesehen. Was mich auch dazu ein bisschen inspiriert hat. Also ich hatte die Idee schon selber. Aber sein 50-Abonnenten-Special hatte mich nochmal bekräftigt in dieser Idee. Und... Ähm... Ja. Das Problem ist, ich würde gerne wie er sagen. Alle, die hier drunter sind, bekommen jetzt die Chance auf ein Gewinnspiel. Leider ist es halt so, dass nicht alle angezeigt werden. Früher wurden alle angezeigt. Jetzt werden nur noch die angezeigt, die ihre Abos öffentlich teilen. Darum. Falls du vor der Aufnahme dieses Videos schon aktiv warst. Oder falls du denkst, dass du aktiv warst. Schreib einen Kommentar drunter. Oder falls du hier aufgelistet wurdest. Falls ich dich wiedererkenne. Ich kann wirklich nicht garantieren, dass ich jeden einzelnen wiedererkenne. Aber falls ich dich wiedererkenne. Dann wirst du auf eine Liste gesetzt. Und sobald mindestens drei Leute, wirklich nur drei, da sind, die noch aus dieser Zeit mich kennen und mich verfolgen. Dann werde ich eine Woche warten, also noch eine Woche Zeit geben, sich zu melden. Dann werde ich eine Woche lang ein, äh, nee. Dann werde ich ein Gewinnspiel machen. Also ich werde auslosen, wer von den Leuten etwas gewinnt. Was genau, werde ich noch entscheiden, äh, falls ich, also, sobald das Video online ist, werdet ihr das unten in der Beschreibung sehen. Okay. Dann, Posteingang, unwichtig. Ich wollte noch zum Vergleich auf den Kanal von Sombay gehen. Meinem absoluten Lieblings-Let's Player, der mich auch zu der Sache mit den Let's Plays überredet hat. Und ich wollte einfach schauen, wie viele Abonnenten er hat, 555.805 Videos, gerade das Minecraft-Video ganz oben. Dann gehe ich zu Gronkh, dem Nummer-eins-YouTuber momentan. Und ich verstehe nicht, warum ich solche Werbungen bekomme, nur weil ich mal ein paar Animes angeschaut habe. Animes, nicht Tenters, Leute. Lernt den Unterschied. Ja, bei Gronkh sieht das jetzt alles so aus. Und 3.027.039 Abonnenten. Bei Zekedos Zone kann ich ja auch mal vorbeischauen. Ich kenne sein neues Profilbild noch gar nicht. 165.141, bei den Videos gerade Z-Brief ganz oben. Dann, wen könnte ich denn noch anschauen? Nee, ich glaube, das reicht jetzt so von den YouTubern her. Und ja, nochmal danke an alle, die damals dabei waren und alle, die dazu gekommen sind. 727.693 Abonnenten bei Gronkh, Let's Play. Ich finde seine Thumbnails so genial. Dann einfach nur, um nett zu sein, nochmal zu Blackstar-LP. Blackstar-LP, ja genau. Nehmen wir es auch wahrscheinlich interessant, das alte YouTube-Design zu sehen, weil so wie ich es kenne, wurde es eh schon längst geändert. Äh, ah, da ist er ja. Äh, so. Blackstar-LP. Keine Ahnung, warum ich ihn nicht finde. 119 Abonnenten, sein aktuellstes Video, Sunster und Irre-Waffen-LPT mit irgendeinem unbekannten YouTuber, kennt doch eh kein Schwein. Und, äh, ich meine, der ist doch voll kacke. Ich bin besser, warte, das war ich. Oh. Ja. 20 Minuten, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Äh, als Info, wenn dieses Video online kommt, werde ich nochmal so ein Video aufnehmen. Und diesmal wird das Video zu den 100.000 sein. Ich will mir halt immer so Ziele setzen, weil, ich weiß nicht, wie lange ich das mit YouTube durchziehen werde. Vielleicht werde ich die 100.000 nie erreichen. Vielleicht werde ich die 1.000 nie erreichen. Aber, es ist halt, ähm, mir ist es egal. Ich hab Spaß und warum nicht? Wiedersehen, Leute. Oja, Zandoron.